Am ersten Tag fragt Frank seine Mutter, ob er ins Schwimmbad darf. Heute wird das 3-Meter-Brett eröffnet. Mutter ist einverstanden, Frank kommt mit einem gebrochenen Bein nach Hause. Am nächsten Tag fragt Frank wieder seine Mutter, darf ich heute ins Schwimmbad? Heute wird das 5-Meter-Brett eröffnet. Die Mutter ist wieder einverstanden und Frank kommt mit zwei gebrochenen Beinen nach Hause. Am nächsten Tag fragt Frank erneut, darf ich heute ins Schwimmbad? Das 10-Meter-Brett wird eröffnet. Und erneut ist die Mutter einverstanden, Frank kommt jetzt mit zwei gebrochenen Armen zusätzlich nach Hause. Wie die Tage zuvor will auch Frank am nächsten Tag wieder ins Schwimmbad und fragt wieder seine Mutter, Mutter, darf ich heute ins Schwimmbad? Heute wird das Wasser eingelassen.